Christian Held, deutlicher Heimsieg gegen Kirchheim heute. Was waren die Gründe für den klaren Sieg? Ich glaube, die Gründe lagen bei uns in unserer Verteidigung. Ich fand, wir haben mit viel Energie verteidigt. Wir haben als Team verteidigt. Wir haben dem anderen geholfen. Wir haben eigentlich über 40 Minuten nie nachgelassen. Und da, glaube ich, liegen die Gründe für unseren Sieg. Jordan Geist war unter der Woche gar nicht im Training. Heute so eine Leistung. Wie bewertest du seinen Auftritt? Ich fand, dass er heute eine sehr gute Leistung gebracht hat. Nicht nur wegen seiner Punkte, sondern viele Dinge, viele Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten, die er immer besser macht im Training schon. Und jetzt auch endlich, dass sich das aufs Spiel überträgt. Da war ich natürlich sehr, sehr froh mit ihm heute. Wie wichtig war der Erfolg jetzt heute, nach den durchaus auch durchwachsenen Spielen der vergangenen Woche? Ja, jeder Erfolg ist für uns unglaublich wichtig. Ich habe es gerade der Mannschaft auch gesagt, jedes Spiel ist immens wichtig von jetzt an. Und deswegen ist auch jeder Sieg immens wichtig. Und das war heute ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Gerade auch wieder vor so einer Kulisse hier in der Arena ist es natürlich überragend. Thomas Leibmann Vielen Dank Christiane!